Wir sind hier im Stadtpark, direkt an der Jahnkampfbahn und hier sollte ein großer Ahorn beschnitten werden in der Krone. Die Arbeiten waren auch recht weit fortgeschritten und beim Runterarbeiten ist dann Krone beschnitten worden, die Sicherung gelöst und ein Sicherungsseil war zum Glück noch an einem großen Ast, der oben an der Krone war und mit dem Hubsteiger in der Krone befindlich ist dann leider dieser große Ast abgebrochen oder angebrochen, war noch mit dem Sicherungssaal befestigt, hat sich aber gegen den Hubsteiger gelehnt, in dem der Sägearbeiter, der mit der Kettensäge oben den Baum beschneiden sollte, tätig war und dadurch wurde ein statisches Gebilde aufgebaut. Baum liegt gegen Hubsteiger, im Hubsteiger eine Person. Jede weitere Bewegung am Hubsteiger hätte zum Absturz führen können, deswegen sofort alles eingestellt. Die Feuerwehr mit einer sehr aufwändigen technischen Rettung, Höhenretter in den Feuerwehrkran in 40 Metern Höhe dann hochgezogen, Höhenretter abgeseilt in den Korb des Hubsteigers, dort dann den Baumarbeiter eingeseilt und mit dem Kran wieder aus dem Korb herausgezogen und unverletzt zu Boden gebracht. Somit also die Menschenrettung jetzt abgeschlossen. Nächste Stufe wird sein, wie wir uns um die technische Bergung des Flugsteigers kümmern und dazu bedarf seiner umfangreichen technischen Planung.